Das aktuelle Wetter in Kurzform heute am 27. Oktober 2024. Es ist 7 Uhr und 55 Minuten. Wir haben jetzt im Moment 19 Grad. Kein Wind. Wolken. Ja, ziemlich tief hängende Wolken. Bedeckt im Moment. Noch kein Sonnenaufgang. Hier am Strand von Maspalomas. Das Höchstwetter werden heute erwartet 24 Grad. Die Städte waren es heute Nacht 19 Grad. Um 7 Uhr und 9 Sonnenaufgang gewesen. Um 18 Uhr und 20 Sonnenuntergang. Zu den Gezeiten am Strand. Um 10 Uhr und 9 ist Hochwasser. Und um 16 Uhr 47 ist Niedrigwasser. Die Wassertemperatur beträgt immer noch 23 Grad. Ja, und mehr könnt ihr gleich im anschließend im Wettervideo sehen. Und auch ein paar Informationen mit dazu. Ja, schön hier die sichtbare Sonne durch den Wolken sich einen Weg gebahnt hat. Und um 8 Uhr. Danke, okay. Vielen Dank.